Servus Leute und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Ja, heute geht es zum Bike Festival nach Willingen und zwar mit Nico. Den hole ich jetzt gleich von zu Hause ab und dann fahren wir vier Stunden zum Bike Festival nach Willingen. Heute ist Freitag, das heißt der erste Tag dort beim Bike Festival und heute Mittag werden wir uns wahrscheinlich erstmal nur auf der Expo umschauen. Und wir wollen auch beide beim Enduro Rennen mitfahren, das dort stattfindet bei der Scott Enduro Series. Und da bin ich schon mal echt gespannt drauf, wie das wird. Wetter ist gut hier, ich bin mal gespannt wie es dort wird. Ist auf jeden Fall auch gut gemeldet, also ich habe die besten Hoffnungen. Und genau, ich würde sagen wir sehen uns einfach dort und warten ab was auf uns zukommt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Haut rein, let's go! Ich bin mal gespannt, wie es dort geht. Ja Leute, also wir sind jetzt gerade hier auf dem Weg vom Expo-Gelände, das seht ihr da hinten, wieder zurück zum Auto oder beziehungsweise zur Anmeldung fürs Enduro-Rennen und ja, wir haben gerade beide gesagt, wir sind ein bisschen überfordert hier, ist mega viel los und geht ziemlich ab, aber ja, wir sehen uns denke ich gleich wieder, wenn wir wieder zurück sind auf der Messe, einfach mit ein paar Aufnahmen und ich wünsche euch viel Spaß. Ja Leute, also wir haben jetzt gerade unsere Startnummern abgeholt oder uns nachgemeldet, da seht ihr beim Nico am Rad schon die Startnummer, der hat seine schon hingemacht und genau, mein Rad steht noch am Pivot-Stand, das holen wir jetzt dann gleich ab und genau, die gucken das gerade nochmal durch, dass das dann auch ready ist fürs Rennen, wir fahren ja hier in Willingen das Enduro-Rennen mit, die Scott Enduro Series, da haben wir uns gerade nachgemeldet und morgen startet dann das Training auf den Stages, ich weiß aber noch nicht genau auf welchen Stages, müssen wir uns nachher auf dem Streckenplan noch angucken und genau, wir laufen jetzt gerade wieder in Richtung Expo-Gelände und schauen uns da noch ein wenig um und euch nehmen wir mit, viel Spaß! Mhm ja leute also wir fahren gerade hoch zu stage 4 heute ist der samstag trainingstag und ich glaube wir sind gleich oben und genau dann gucken wir mal wie die stage 4 aussieht wir dürfen theoretisch auf allen stages trainieren aber wir fahren wahrscheinlich nicht alle weil wir das zeitlich einfach nicht schaffen aber genau ihr seht auf jeden fall alle weil morgen ist da das rennen und von daher passt das ganz gut und ja ich glaube wir sind jetzt oben es geht gleich los ich wünsche euch viel spaß bis gleich auf dem trail die wurzeln sind echt rutschig achtung ja wasser so got voll auf den helm raus geht mega easy geil ey die wurzel hebel dich voll aus ja Achtung alles gut alles gut sehr gut ja überslag juhu alt das fahr ich nur fünf mal heute muss auf jeden fall morgen einen leichten gang fahren immer ja okay alles gut danach Wuhu! Scheiße! Ich würde... Ich hätte bald den Schätzlichen Aufsicht gelegt. Ich wollte einen Finger umgebogen. Guck mal wie mein Fahrrad liegt! Ich bin andersrum gefahren. Scheiße! Von uns aus links umfahren. Mach da ein bisschen langsam. Zieh bei diesem kleinen Hügel nicht ab. Fahr die Wurzel links. Nimm den Baum schon mal das Anlieger. Und stech hier links von dem kleinen Kicker rein. Wirst du abartig schnell. Sehr gut. Servus Leute, wir machen jetzt einen Train und... Ja, keine Ahnung was passiert. Aber die müssen erst ihre Kette reparieren. Das ist aber Freeride, gell? Wir müssen rüber. Leuft, Alter! Wuhu! 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 Alter! Yo! Jetzt gehen wir noch mit Leo und Hanna Kast Fahrrad fahren, ich hole mir noch eine Karte am Lift und dann genießen wir noch den restlichen Tag und ich wünsche euch viel Spaß, nehmt euch auf der GoPro mit, let's go! So, Flow Country in Willingen, Hanna ist hinter mir und filmt mich mal, wenn wir wieder nach hinten schauen, ob sie noch da ist, dass sie hier nicht zu schnell fahren, die macht schon mega Spaß. So, jetzt hin am Leo. So, mal gucken, dass wir da wieder reinkommen, der Stoppy hat mich rausgebracht, müssen wir mal wieder dran treten. Wow! So, jetzt sind wir wieder da. Woohoo! Haha! Yeah! Yeah! Wuhh! Wuhh! Ja! 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 Wuhh! Wuhh! Ja! Huuu! Ja! 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 Woah! Minho! Aha! Woh! Da guck mal, gescheite Räder haben sie. Ist egal. Der Leo mit dem E-Bike unterwegs, mit dem neuen Ken Evo, davor die Hanna. Boah Alter, Leo schießt mit Steinen. Boah Alter, Leo schießt mit Steinen. Du willst heute echt den Reifen verlieren, oder? Perfekt! Alter! Alter! Du musst immer übel bremsen, das ist voll krass!